Okay, jetzt wird gerechnet. Wer weiß die Lösung? Ich, ich, ich weiß sie! Nehmen Sie mich, bitte, bitte! Nicht mich, nicht mich! Fragen Sie mich! Warum ignorieren Sie mich? Bitte, ich flehe Sie an! Zucchini, bitte löst die Aufgabe für uns. Äh, warum? Warum muss es immer Zucchini sein? Das ist voll beschissen! Ganz schön schwer. Hilfe! Hm, ich glaube, ich hab's. Bin fertig! Ja? Oh nein!